Beruflich, hoffentlich bei der Beamtenstelle. Hallo, ich heiße Isabel Maynard und spiele in Grünberg bei den Bänder-Bastiffs Basketball und unterrichte an der Theo-Koch-Schule Grünberg Mathe und Sport. Mein Traumjob, ich hatte drei, ich hatte das Vergnügen zu unterscheiden zwischen Physiotherapeutin, Basketball und Polizei und auch Lehrerin und am Ende wurde es dann durch auch Praktika dann doch der Lehrerjob.